Bevor wir zum nächsten Thema kommen, haben wir noch ein paar Kurzmeldungen für Sie. Großbritannien, der auf der IAF präsentierte Unimat 09 4x4 4S Dynamik, wurde vor der Auslieferung intensiv getestet. Die kontinuierliche Arbeitsweise während einer weichen Durcharbeitung hat sich dabei als größter Vorteil erwiesen. Deutschland. Unser Messwertaufzeichnungssystem DRP wurde erstmals auf einer Stopfmaschine aufgebaut, die für einen deutschen Kunden bestimmt ist. Das System dient zur Gleislagedokumentation und digitalen Echtzeitauswertung der Messdaten nach Gleisbauarbeiten. Die Protokolle sind Nachweise für die Abnahme. Die erfolgreich durchgeführten Vergleiche der DB AG mit dem DB Messwagen Rail Lab sind die Grundlage für die endgültige Anwenderfreigabe in Deutschland. Südkorea. Der neue Messtriebwagen EM140 ist fertiggestellt und steht vor der Auslieferung. Herzstück ist das berührungslose Gleisgeometrie-Messsystem mit automatischer Verortung der Messdaten mittels GPS. Ebenfalls an Bord ein Schienenprofil-Messsystem, das die Abnutzung der Schienenköpfe während der Fahrt in Echtzeit misst und Stellen außerhalb der Toleranz anhand der GPS-Daten markiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017